Deine Bestellung ist da. Ich sehe es, vielen Dank. Könntest du mich bitte mit dem Service für Partnerumbestellung verbinden? Aber gerne, Josef. Ich warte. Oh, ich sehe gerade, dass uns bereits eine Reklamation vorliegt. Wie bitte? Könntest du mir bitte deine Bestellnummer durchgeben? Was? Meine Nummer? Marie Friedeberg hatte einen Mann mit Kinderwunsch bestellt. Du wirst in den nächsten Werktagen ausgetauscht. Ich wünsche dir noch eine frohe Zeit. Ich wünsche dir noch eine frohe Zeit.